Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu der Geek Talk Daily 1143. Heute am 3.1.2022. Die erste Episode der Geek Talk Daily erfolgen hier im neuen Jahr und somit ein gutes Neues euch allen. Ein gutes Neues, liebe Podcast-Hörerinnen hier am Kanal. Ja, was habe ich heute euch für Themen? Android 12, Instagram, Mela, Huawei Auto, Tesla, Banking-Apps und BlackBerry. Ich beginne gleich mit Android 12. Die bringt, oder die, Google, bringt ein kleines Ding mit, was neu daherkommt. Allzu neu ist es nicht, aber es kommt halt mit Android 12 erst langsam auf die ganzen Smartphones und somit dann auch erst langsam in den ganzen Medien wirklich an. Mit seinen Google Services, dem GMS, Google Mobile Services, den ganzen Apps etc., die Google seinen Partnern anbietet, geht noch eine kleine Verpflichtung einher. Man muss die Apps auf dem Home-Screen von den Smartphones verteilen. Man hat gewisse Pflichten als Smartphone-Hersteller, die da mit reinkommen. Und neu kommt auch Sicherheit und Notfall, ein Untermenü unter Android 12 zum Zuge. Somit muss ein jeder jetzt, der ein Google Smartphone hat, da auch seine Dinge ausfüllen. Oder er kann es ausfüllen. Und wenn er es tut, dann hat er die Möglichkeit, eben Notfallkontakte abzugeben. Wenn man zum Beispiel irgendwo ist, in einer Gefahrensituation ist, irgendwo eine Treppe runtergefallen ist und nicht mehr telefonieren kann oder weiss ich was alles, hat man die Möglichkeit, durch fünfmaliges Tippen auf die Power-Taste einen Alarm auszulösen und oder einen Notfalldienst oder eine Notnummer anzurufen. Wie das Ganze funktioniert und wo man das findet. Am besten geht ihr in eure Einstellungen unter Safety und Emergency, also eben Notfall und Sicherheit und Notfall. So rum geht das genau. Und da habt ihr dann zum einen die Medizin-Infos, dann die Emergency-Kontakte und das Emergency-SOS, was ihr aktivieren könnt. Unter Emergency-Kontakte könnt ihr mehrere Kontakte hinterlegen. euren Ehepartner, eure Ehepartnerin, Frau, Freundin, was auch immer. Und bei der medizinischen Infos geht es vor allem um euren Bluttyp, um eure Allergien und solche Geschichten, die ihr da hinterlegen könnt, welche dann schlussendlich auch von einem Notfallkontakt abgerufen werden können. Zum Beispiel von jemandem, der euch bergt und in einen Krankenwagen tut. Und bevor er dann mit irgendwelchen Medikamenten auf euch losgeht, vielleicht schon eventuelle Allergien vorab abklären kann. Grundsätzlich schlau, sowas zu hinterlegen. Auch wenn man immer bedenken muss, das liegt dann bei Google. Instagram will im Jahre 2020 den Fokus stärker auf Videos und somit die Reels legen. Was war da vor kurzem? Wollte man nicht wieder zurück? Bilder mehr und so weiter? Ach ja, neuer Mensch da vorne. Moseri, das ist, also Adam Moseri ist der Verantwortliche für die Plattform beim grossen Konzern Meta oder im Facebook. Wir nennen ihn ja weiterhin Facebook und nicht Meta. Ja, der hat verkünden lassen, dass man eben in diesem Jahr mehr mit diesem Video-Zeugs macht. Also noch mehr zu einem TikTok-Klon-Wert. Dankeschön und bald irgendwann mal dann Tschüss Instagram, glaube ich. Dann gibt es Neuigkeiten zu der Mela Rezepte-App, die ich euch schon mal vorgestellt habe, worüber es auch ein Video gibt auf dem YouTube-Channel und einem Testbericht im pocket.ch-blog. Die hat jetzt nämlich die iCloud-Sync-Funktion bekommen. Ihr könnt endlich auch mit euren Liebsten und Bekannten und Verwandten eure ganzen Adressdaten, genau, eure ganzen Rezeptdaten teilen. Das gefällt mir. Wobei man immer beachten muss, dass das volle Zugriffsrechte sind. Das heisst, jeder kann dann Rezepte bearbeiten und oder löschen und nicht nur anschauen. Weiter geht es mit Huawei. Und die haben auf Ende des Jahres, ich habe schon mal berichtet, ein paar neue Produkte vorgestellt. Aber nicht nur das, auch das erste eigene Auto. Das Ceres Aito M5 ist kein reines Elektroauto, sondern Hybridfahrzeug, welches von der Firma Socon gefertigt wird. Socon ist ein Industriekonzern, der unter anderem schon länger, vor Jahrzehnten glaube ich sogar schon, für Suzuki hat begonnen, Autos in Lizenz zu fertigen. Und jetzt tun sie das eben für Huawei. Also bald mal dann die ersten Modelle sollen in der zweiten Jahreshälfte 2022, also diesen Jahres, auf den Markt kommen. Was hat man hier? Man hat hier ein grosses Tablet in der Mitte und ein zusätzliches Display. Man hat Harmony OS als Betriebssystem mit dabei. Aber auch die restliche Hardware, die drinnen ist, vor allem die im Bereich Computertechnologie etc. kommt, stammt aus dem Hause Huawei. Man hat natürlich Kameras und alles Mögliche mit dabei, was halt alles so zu einem smarten Gerät gehört. Und logischerweise, Huawei hat ja mit Huawei Sound auch eigene Soundsysteme von Kopfhörern über Lautsprecher etc. Und einen solchen bekommt man auch hier mit rein. Neben einem zentralen Tweeter, direkt am Armaturenbrett, kommen noch sechs weitere Lautsprecher verteilt aufs Fahrzeug. Und somit hat man die Möglichkeiten 5 zu 1 oder 7 zu 1 Surround Sound anzubieten. Na, wenn das mal nicht ein richtig grosses Kino ist. Und so weiter und so fort. Natürlich gibt es auch sonst einiges von Huawei mit verbaut. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Auch wenn ich nicht glaube, dass das Teil nächstes Mal hier in Europa, Schweiz, Deutschland, Österreich auf den Markt kommt. Aber dennoch wäre es mal spannend, so einen Teil von Nahem zu sehen. Weitere Neuigkeiten. Da geht es auch um Autos, aber um Elektrofahrzeuge. Und da muss Tesla, und das ist ein reisslicher Titel, 475.000 Fahrzeuge wegen einem Sicherheitsproblem oder Problemen zurückordern. Das sind zweierlei Probleme, die aufgetaucht sind bei einer grösseren Menge an Fahrzeugen. Bei Modell 3 aus dem Jahre 2017 bis 2020. Und ganz wichtig, das betrifft aktuell vor allem US-Geräte und nicht Sachen, die bei uns im Verkauf sind. Und da ist nämlich die Rückfahrkamera betroffen. Die soll durch das Öffnen und Schliessen des Kofferraums teilweise abgewürgt kommen. Oder die Gefahr, dass sie abgewürgt ist, ist gegeben. Und das will man beheben. Das zweite Problem, das betrifft Model S ab dem Jahre 2014. Also ältere Modelle in dem Sinne. Und da geht es um die Motorhaube, die sich während der Fahrt auf Unerwart öffnen könnte. Auch das ist alles ein Problem, was bis anhin noch nicht zu einem Unfall oder zu Problemen geführt hat. Aber es könnte auftreten. Und deshalb ruft man die Geräte zurück, also die Geräte, die Autos zurück, und behebt diese Fehler. Wie es halt auch schon bei anderen Herstellern solche Probleme gegeben hat, gibt es das auch bei Tesla. Und solche Dinge werden auch immer kostenfrei behoben, wie Tesla das so schön anmerkte. Im Poughkeepsie.ch-Blog habe ich auf dem letzten Tag des letzten Jahres 2021 noch einen Blogpost. Die beste Banking-App in der Schweiz. Der Poughkeepsie Network Award, das ist mein Fintech-Award, habe ich verliehen für die drei besten Lösungen, die ich, wie ich finde, und die zumindest ich getestet habe und somit dann auch mir eine Meinung erlaube, online gestellt. Welche das sind, das dürft ihr selber nachlesen. daily.geektalk.ch und oder im Podcast Schreuz Vertrauens findet ihr den Link dazu und dann eben den ganzen Text und welche Apps das sind. Und zu guter Letzt machen wir noch einen Strich an die Decke, wie man so schön sagt. Es ist wirklich soweit. BlackBerry-Smartphones sind kaputt, sind weg, sind nicht mehr zu gebrauchen. Also ab übermorgen, besser gesagt, ab morgen ist es ja soweit, am 4. Januar. Denn im 2019 hat man schon den App Store eingestellt und den BBM, den BlackBerry-Messenger. Und für die jüngeren ZuhörerInnen hier im Podcast, BlackBerry war so das Coole, bevor es iPhones gab. Das ist so ein kloppiges Teil mit einem Mini-Display und ganz vielen Tasten und einem Knubbel zum Navigieren. Damals war das der heisse Sch, den man sich so nutzt, den man so einsetzen konnte. Es war vor allem ein sicheres Betriebssystem. Und ja, ansonsten eben. Wir haben es schon mehrfach totgeredet. Wir haben es schon mehrfach darüber berichtet, dass es jetzt wirklich eingestellt wurde. Gewisse Dienste gingen dann noch weiter. Aber eben 2019 wurde es eingestellt. Was jetzt noch lebt, ist QNX und das ist ein Betriebssystem, auch von BlackBerry, das aber vor allem als Infotainment-System für Toyota, Audi, Honda und viele andere Autohersteller eingesetzt wird. Ich weiss nicht, ob es mittlerweile immer noch so ist. Mittlerweile, wo es ja Google Car etc. gibt. Aber früher war das die Plattform für die ganzen Autos auf dieser Welt, für eben Multimedia-Geschichten, für Betriebssysteme auf einem Auto. Infotainment, wie man dem so schön sagt. Ja, 4. Januar. Ich glaube, ich lade meine zwei BlackBerrys nochmals kurz auf. Bis morgen können sie nochmals aufleben. Ach ja, und das Playbook, für alle Jüngeren Zuhörer, ja, das war mal die, nachdem man gemerkt hat, dass man das iPhone doch unterschätzt hat und gnadenlos gescheitert ist, hat man es dann auch noch mit einem Tablet versucht. Das ist damals Playbook. Das war auch so eine lustige, gescheiterte Geschichte. Aber das war es jetzt. Genug an Geschichten. Ich wünsche euch nochmals einen guten Start für diejenigen, die schon wieder mit dem Arbeiten beginnen dürfen, für alle anderen, geniessen den Urlaub noch, was auch immer. Wir hören uns wieder bald in diesem Kanal, auch diese Woche das eine oder andere Mal. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.